besten laden wir einfach noch mal hier waren auf jeden fall indian doch indianer keine azteken oder mayas ich vergesse es immer wieder ob es mayas oder azteken sind bier aber ihr könnt das bier nicht aufsammeln das heißt wir sind hier auch wieder falsch interessant dass es da so viele werden langsam ok wo können wir noch lang gehen wir können hier essen und dann daran gehen da waren wir auch noch nicht wir sind nämlich jetzt hier lang gegangen gewesen und ich sollte sie besser steuern weil sonst laufen sie unnötige umwege wegen der wegfindung und das ist doof johli 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 vielleicht schaffe ich sogar ja gut dann pennt mal lieber eine runde da muss ich euch wieder ordentlich essen lassen wenn ihr habt wirklich noch keinen befehl um bier aufzuheben das einfach rum liegt das gibt es auch leider erst die kaltschuss zwei sonst wäre das bier nämlich da sehr nützlich gewesen johli wie viele leute habe ich eigentlich zehn davon sind hier ist egal drei sind bogenschützen ich glaube drei sind schwertkämpfer und vier sind speerträger ja da sind vier speerträger drei schwertkämpfer und das drei bogenschütze sind weiß ich weil die hinken immer ein bisschen hinterher ja 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 wie ja 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 nehmen du brauchst noch ihr bräuchte alle noch aber das könnt ihr da beim nächsten stopp macht gut hier sind noch zwei bärenbüsche die sind aber der rest ist schon kahl gefuttert also nehmen wir die hier als nächstes so wie es aussieht sind wir noch weit genug weg ohne die indiana zu twirlen können ja dann können wir jetzt den spielstand überspeichern weil hier hinten haben wir alles abgesucht und da war nichts das heißt es bleibt nur noch der weg hier im augenblick bei dem weg haben wir auch abgesucht und hier oben waren wir auch und hier ist sackgasse gut versuchen wir es mal hier lang weil ich glaube die indianer die uns da verfolgt hatten weil wir sie getriggert haben kam aus der richtung hier wäre schon mal essen aufwitz naja es geht es wird ein bisschen mehr zum glück das hier ist wieder eine sackgasse zwar mit eisenherz aber es ist eine nein es ist keine ok hier speichern wir mal ja ja auf die gefahr hin dass wir wieder falsch laufen wir haben hier gespeichert dass wir hier lang gehen können was vielleicht eher sinn gemacht hätte als hier lang also hier ist sicherlich eine sackgasse auch wenn sie sackgasse etwas zu essen ist ja die sind müde ja lassen wir sie mal schlafen dann können sie noch mal hier essen ja so hier wäre auch wieder gold aber das muss nichts bedeuten gold ist böse ja zumal du hast eh meistens nur in sackgassen mündet ja auch wenn hier eine fackel ist glaube ich nicht dass der schamane hier auf uns wartet ich glaube eher dass das wieder so ein weg im kreis ist wo am schluss nichts ist aber nachgucken rentiert sich ja immer ja da habe ich es nicht gesagt eine sackgasse bitte ja 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 zudem haben wir die anderen stehen lassen bei solange sie stehen verbrauchen sie wenig nahrung sobald sie sich dann bewegen brauchen sie viel nahrung also wie gesagt wir gucken dann noch den weg hier unten fertig und wenn nicht dann laden wir dann sind wir wieder hier und können hier weiter gehen ja ich glaube hier ist nichts wenn da müssen wir ich habe wirklich so das gefühl wir müssen das lager der wächter erreichen ja so ich nehme noch das letzte die letzte beere ja Wow, das sind jetzt ein paar. Oh, knappe Sache, aber wir leben noch. Ah, mal wieder eine Abzweigung. Neuer Spielstand dafür. Das könnte nämlich auch bedeuten, dass wir hier richtig sind. Ach du meine Güte. Und oben lang. Birnbüsche und Golden, da geht's. Noch geht's, also können wir kurz hier reinkommen. Es kann ja auch wirklich sein, dass der Schamane am Ende von so einem Pfad wartet. Aber nein, tot er nicht in dem Fall. Noch sehen alle recht okay aus, was ihre Lebenspunkte angeht. Sind ja hauptsächlich die drei hier angeschlagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.